Ja, mir ist es eine mega Ehre, ihn heute ankündigen zu können, zu dürfen. Er wird mit uns über das Thema Persönlichkeitsentwicklung reden. Und ich denke, er zeichnet, also gerade diese Person zeichnet ein erfolgreicher Mensch und ein bodenständiger, bodenständiger Person einfach aus. Also er vermittelt einfach beides. Und ich denke, das Thema interessiert einen jeden. Er ist mit seiner Art ein Vorbild für sehr, sehr viele junge Personen, gerade weltweit bei PM. Er ist sehr oft Gastsprecher bei den einen oder anderen. Er ist immer herzlich willkommen. Und ich zeige euch bitte fest, einmal ganz kurz Umsatz zahlen. Er hat alleine in diesem Jahr 40% Umsatzwachstum zu verzeichnen und alleine die Sponsorquote 120% plus im gesamten Team. Er ist seit sieben Jahren bei PM und einer der jüngsten Goldpräsidenten auf dieser Welt. Er hat sich seit dem 15. Lebensjahr mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt. Und er ist heute extra angereist. Und jetzt haltet euch bitte fest, 6100 Kilometer. Die Anreise hat gedauert 24 Stunden. Und ich denke, jetzt begrüßen wir ihn mit Standing Ovation. Ihr könnt euch ausziehen, ihr könnt auf die Sessel raufspringen. Bitte begrüßt mit mir. Are you ready? Are you ready? Please enjoy life. Please welcome. Christian Huber! Ja, 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 ja! Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ja geil, die Ersten haben sich wirklich ausgezogen. Vielen Dank. Danke für die tolle Anmoderation. Für mich ist es eine ganz besondere Ehre, heute hier zu sein. Ich kann mich noch an den Moment erinnern, wo Kevin mich gefragt hat, Christian, hast du Bock? Wir machen da ein großes Event in Österreich, es wird riesengroß, richtig geile Sprecher sind dabei, möchtest du dabei sein? Und dann hat er das Datum genannt und ich dachte, shit, da bin ich in Tansania, in Ostafrika, das wird schwierig. Und dann habe ich noch schnell geguckt und dann habe ich den Freund von mir gefragt, der das organisiert hat. Und dann haben wir das so hingekriegt, dass ich die Reise quasi genau passend beenden konnte. Also am Donnerstag, am Nachmittag um halb zwei, bin ich dann mit dem Taxi zum Flughafen. Und gestern um halb zwei waren wir dann hier in St. Pölten angekommen. Ja, deswegen ist es, also dass ihr vielleicht auch versteht, wie wichtig mir dieses Event ist, weil ich genau weiß, dass ihr heute im Publikum ein paar Menschen sitzen, die heute eine Entscheidung treffen, die vielleicht ihr Leben für immer verändern wird. Und so war es bei mir auch. Zu der Geschichte möchte ich gleich kommen und dann auch ein bisschen was von mir erzählen, aber vielleicht noch gerade, weil es so frisch ist, kurz die Story zum Kilimandscharo. Letztes Jahr hat mich eine Gruppe gefragt, Christian, hast du Bock mitzukommen? Und ich sage, yo. Also es war wirklich so, hast du Bock auf einen Kaffee? Und ich sage so, yo. Ich habe das, glaube ich, komplett unterschätzt. Es waren 5.895 Höhenmeter. Du gehst da sieben Tage, also sieben Tage dauert der Trip, fünf Tage hoch, zwei Tage runter. Im Flugzeug haben wir dann natürlich auch schon ein paar getroffen, die das schon mal gemacht haben. Eine Frau, die war 74 Jahre alt, hat das vor 15 Jahren gemacht und sagte, Christian, achte einfach auf ein paar Dinge, die sind wichtig, die bringen dich an die Spitze. Pole, Pole, sagen die Menschen dort, Suahili heißt langsam, langsam. Für mich bedeutet das einfach, also peu à peu immer weiter zu machen. Ja, gerade auf dem Berg nach oben, an die Spitze ist es wichtig, Schritt für Schritt nach oben zu gehen. Tatsächlich nicht zu schnell, sonst haut dich die Höhenkrankheit um. In Deutschland vielleicht mal vergleichbar mit dem Burnout, wenn wir viel zu viel Gas geben. Also Pole, Pole, trink genug Wasser. Das ist wichtig. Ich habe am Tag teilweise fünf bis sieben Liter Wasser getrunken. Warum ist das wichtig, dass der Körper vernünftig Stoff verstoffwechseln kann? Und mir hat es einfach gezeigt, eine der wichtigsten Erkenntnisse, kümmere dich um dich selbst. Also fülle deinen Tank permanent immer wieder. Dann das Nächste, liebe das Wandern. Und so ist es auch bei uns. Du musst den Weg lieben. Das, was wir hier machen. Manchmal geht das Geschäft nicht so schnell nach vorne, wie du gerne hättest. Vielleicht hatte jemand von euch schon mal ein Ziel und hat es nicht so schnell erreicht, wie er wollte. Dem ging das auch so? So, du musst den Weg lieben. Also finde eine Art und Weise in diesem Geschäft, die zu dir passt, damit du es liebst. Umgib dich mit den richtigen Menschen. Und diesen Weg zu lieben, wurde mir dann auch bewusst, als wir dann, ja, gerade weil es nicht so schnell nach vorne ging, wie wir wollten, Am vierten Tag, glaube ich, ist das Feuer ausgebrochen. Ich weiß nicht, ob ihr das hier in den Medien mitbekommen habt. Während wir da oben waren, hatten wir Feuer auf dem Kilimandscharo und der Berg hat gebrannt. Und auf einmal, ja, gab es Rauchen überall. Wir konnten nicht zum nächsten Camp, da wo unser nächstes Essen eigentlich auf uns wartete. Also waren wir abgeschnitten zur nächsten Versorgungsstelle. Nach unten gab es einen Notausgang, einen Notweg durch den Regenwald, 18 Kilometer. Ja, einfach runter, enge Wege, also gefährlich, geht es dann runter. Und dann hatten wir eine Besprechung. Und dann sitzen wir mit dem Guide zusammen, Moses, also wir vier, wir waren vier Jungs und der Guide. Und dann haben wir ihn gefragt, ja, was machen wir, haben wir einen Plan B, können wir zur Not hier runter? Er sagte, ja, da, ne, zur Not, da runter. Und ich sage, ja, okay, was ist, wenn das Feuer rüberzieht, weil das Feuer nämlich rübergewandert ist? Ja, wir müssen einfach warten. Also die sagen immer, don't worry, Hakuna Matata. Ich dachte, das gibt es nur im Film, aber es sagt ihn wirklich die ganze Zeit. Don't worry, Hakuna Matata. Und dann wir Deutschen natürlich, ja, sag doch mal so prozentual. Wie sieht das aus? Ja, 30 Prozent kommen wir hoch, 50, 50. And he said, yes, maybe yes, maybe no. Ja, don't worry, Hakuna Matata, we just have to wait. Und ich denke, ja, super. Also, einer von uns in der Runde ist dann, also, wollte ich das immer genau wissen, ne, so ein richtiger Deutscher. Der ist schon komplett ausgeflippt, aber wir mussten uns beruhigen. Hat nichts genützt. Planänderung, warten, weitermachen. Und dann ist es tatsächlich so gekommen, wir konnten dann den Berg hoch. Dann haben wir geschlafen. Dann haben wir gesehen, wie abends das Feuer wieder angefangen hat, unten zu brennen. Und zwei Tage später, da wo wir geschlafen haben, ist das Camp auch abgebrannt. Also, das waren wirklich krasse Situationen, auch mit der Höhe. Es ist extrem viel passiert. Ich habe das, wie gesagt, komplett unterschätzt. Und so besonders kann man das vergleichen mit der Reise hier bei PM. Und jetzt vielleicht mal meine Geschichte. Ich bin jetzt 28 Jahre alt, komme gebürtig vom Bauernhof. Aus dem kleinen Dorf, 2000 Einwohner, war ein sehr schüchterner Junge. Also, ich habe mir ganz viele Gedanken gemacht, was die anderen von mir denken. Und in einer kleinen Runde, wenn ich was gesagt habe und jemand anders drückt den doofen Spruch, dann ist mein Energielevel komplett zusammengefallen. Und ich dachte, scheiße, hätte ich doch besser nichts gesagt. Wer von euch kennt das Gefühl? Wenn irgend so ein Idiot dir so einen doofen Spruch drückt. Und ich dachte, boah, ich habe es gehasst. Also, lieber nichts mehr machen, Fehler vermeiden, nicht auffallen, sich so ein bisschen durchschlängeln, keine Ablehnung kassieren. Also, je weniger du machst, desto weniger Ablehnung kassierst du ja. Ja, und so bin ich dann irgendwie durchs Leben, bis ich dann mit 15 angefangen habe, mich für Persönlichkeitsentwicklung zu interessieren. Wurde schon seit meinem vierten Lebensjahr begleitet von einem spirituellen Mentor. Da hat Mama mich hingebracht, habe das aber nicht so richtig verstanden. Der hat immer gesagt, Christian, du musst es dir einfach nur vorstellen. Wie hättest du es denn gerne? Stell es dir nur vor. Wie hättest du es denn gerne? Ich dachte, was redet der immer? Ja, deine Gedanken, du ziehst das an, woran du denkst. Und wenn du andere Menschen siehst, stell dir vor, wie die lachen, wie die tanzen, wie die Spaß haben, wie die gut drauf sind. Damit schickst du denen Energie und die Energie kommt zu dir zurück. Und wie hättest du es denn gerne? Stell es dir vor, wie hättest du es denn gerne? Und ich dachte, ja, es geht mir immer gut, wenn ich bei ihm war, aber so richtig verstehen tue ich das nicht. Und als ich dann mit 15 angefangen habe, Bücher zu lesen, auf Seminare zu gehen, hat das auf einmal Sinn gemacht, was er mir da, was er mir vorher immer vermittelt hat. Ich habe verstanden, dass es so gewisse Erfolgsgesetze im Leben gibt. Und ein paar Gesetze, wie du Selbstbewusstsein aufbauen kannst, wie kannst du erfolgreich werden, glücklich werden, ein freies, geiles Leben leben. Und dann war ich echt besessen, danach mein Leben zu verbessern und irgendwie zu wachsen. Als Persönlichkeit, weil ich wusste, deine Persönlichkeit, also so groß, so weit, wie du dich entwickelst, das bestimmt, welche Ergebnisse du in deinem Leben siehst. Dann ging es weiter mit 15, 16, 17, 18. Ich habe alles mitgenommen, was es auf dem Dorf schon gab, also Fußball gespielt, Fußballtrainer, Landjugend, Landjugendvorstand, Schützenverein. Habe mich dann auch immer engagiert, weil ich wusste, hinter meiner größten Angst liegt mein größtes Wachstum. Und was war meine größte Angst? Vor Menschen zu sprechen. Also habe ich immer versucht, die Hand zu heben, wenn es darum ging, irgendwie, ja, Verantwortung zu übernehmen, weil ich wusste, ich will wachsen. Weil ich es gehasst habe, so schüchtern zu sein, von den Ängsten beherrscht zu werden. Du lebst, jeder lebt ja in seiner eigenen Realität, in seiner eigenen Welt. Da kann das außen noch so schön sein, ja, wenn es dir selber gerade dreckig geht. Das ist da oben, das musst du meistern. Ja, dann nach dem Abitur 2013, da war ich 19, wusste ich nicht, was ich machen sollte. Und ich wollte auf gar keinen Fall einfach eine Ausbildung anfangen oder ein Studium. Dann arbeitest du 40 Jahre, dann ist die Rente und dann ist das Leben vorbei. So, das war echt nicht das, was ich wollte. Ich wollte ein richtig cooles Leben haben, aber wie geht das? Ja, also nochmal dieses Bild, Bauernhof, 2000 Einwohner, Landjugend, Schützenverein, Fußball, alles cool, ja. Ich habe die Zeit auch genossen, aber ich wollte irgendwie mehr vom Leben. Und dann gab es einen Moment, ich habe nach dem Schulabschluss ein Jahr zu Hause gearbeitet, auf dem Bauernhof mit Papa zusammen. Wollte nochmal diese körperliche Erfahrung machen. Und nach einem halben Jahr, Dezember 2013, haben wir dann morgens gearbeitet, Mittagspause gemacht. Papa hat sich auf dem einen Sofa langgelegt, Mama auf dem anderen und ich habe mich auf den Teppich gelegt, einfach um ein bisschen auszuruhen nach dem Mittag. Und dann habe ich so gedacht, irgendwie, die Leute in meinem Umfeld interessieren sich für Fußball, Trecker, Landwirtschaft, was im Fernsehen läuft, Filme. Das interessiert mich nicht so. Ich will irgendwie wissen, ich habe irgendwie große Ziele über den Tellerrand gucken. Und habe auf jeden Fall festgestellt, dass ich dieses Gefühl habe, dass alle anderen falsch sind. Und alle anderen verstehen mich nicht und alle anderen sind doof. Wenn du da ein bisschen weiter denkst, dann kommst du auf die Erkenntnis, vielleicht sind ja gar nicht alle anderen falsch, vielleicht bist du ja falsch. Das habe ich dann Mama in dem Moment gesagt. Ich habe angefangen zu heulen, weil ich gedacht habe, ich habe auf diesem Planeten einfach nichts verloren, wenn alle anders sind. Und das war, es war richtig schwierig. Also ich habe angefangen zu heulen, Mama hat auch angefangen zu heulen, wusste nicht, was sie sagen sollte. Aber das Leben geht ja weiter. Dann weitergemacht. Ich habe jeden Tag, also wirklich wie ein besessener, fünf bis zehn Stunden Hörbücher gehört. Ich habe morgens Dankbarkeitstagebuch geschrieben, abends Erfolgsjournal, um mir Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen aufzubauen. Und war so auf der Suche nach einem erfüllten, glücklichen Leben. Nach dem Jahr war ich immer noch nicht schlauer, war dann mit meiner damaligen Freundin in Spanien, in Madrid. Ihr Vater ist Unternehmer, hat Geschäfte gemacht, überall auf der Welt, Russland, Südamerika. Es ging um Millionen und Milliarden. Und ich wusste damals, die größte Erkenntnis aus den Büchern und Seminaren, hör nur auf die Menschen, die da sind, wo du hin willst. Und wenn das die einzige Erkenntnis ist, die ihr heute mitnehmt, dann hat sich das schon gelohnt, weil das ist wirklich, das ist ein Killersatz. Ohne Scheiß. Ich konnte nicht meine Eltern fragen, wenn ich im Network Marketing erfolgreich werden will, kann ich ja nicht meine Eltern fragen, ob das hier funktioniert, wie das funktioniert. Die wissen, wie man erfolgreich ein landwirtschaftliches Unternehmen managt, aber die wissen ja nicht, wie ein Network Marketing funktioniert. Wenn du erfolgreich werden willst im Network Marketing, dann frag die, die erfolgreich geworden sind im Network Marketing und nicht Tante Erna, Oma, Papa, Mama, Freunde. Versteht ihr, was ich meine? Das ist brutal. Und ich wollte dann den Unternehmer, also den Vater meiner damaligen Freunden, habe ich dann gefragt, kannst du mir das beibringen? Und er sagte, ja, studiere erstmal, dann hast du eine gute Basis. Und ich denke, studieren? Okay. Die erfolgreichsten in der Welt waren Studienabbrecher, das wusste ich. Da fange ich doch gar nicht an zu studieren. Das ist ja komplette Zeitverschwendung. Na gut, dann fange ich halt an zu studieren, wenn ich dann von dir lernen kann. Habe dann angefangen am März 2015 in Bonn, St. Augustin. Wollte in Richtung Wirtschaftspsychologie, habe mit BWL angefangen. Und einen Monat vor dem Studium kommt dann Jan Hendrik, wir kennen uns schon seit der Grundschule, er hat 300 Meter von unserem Bauernhof gewohnt. Jan Hendrik war beim Zoll verbeamtet und sagte, Christian, ich habe was kennengelernt, es geht um Gesundheit, es geht um Geld verdienen, hört dir das mal an. Ich denke, ja klar, geil, Gesundheit, Geld verdienen, hört sich gut an. Dann ich zum Termin, der zeigt mir Power Cocktail and Restorate. Obst und Gemüse in Tüten. Also, ich weiß nicht, was ihr gedacht habt, aber ich habe gedacht, so, dein Ernst? Also, das kann ja jetzt nicht alles sein. Obst und Gemüse kenne ich aus dem Garten, kenne ich aus der Wiese, aber bestimmt nicht in Tüten. Und wenn Mama, ich habe noch zwei jüngere Brüder, wenn sie uns drei Söhnen einen Tipp gegeben hat, dann war das so, halt dich fern vom Essen in Tüten. Also Geschmacksverstärker, künstlich und so. Und ich dachte, hä, na gut, hörst du weiter zu? Hat irgendwie Sinn gemacht, Produkte? Mich hat begeistert, dass über tausend Sporter das nehmen. Hör auf die Menschen, die da sind, wo du hin willst. Wenn über tausend Spitzensporter das nutzen, muss da irgendwas dran sein. Die können sich ja nicht alle verarschen lassen. Also es war wirklich, das war mein echten Gedanke, ne? 20 Jahre alt, kurz vorm Studium. Und ja, dann Produkte, ich sage, ja, vielleicht kann man ja mal ausprobieren. Und dann ging es zum Geschäft. Und ich schwöre euch, als ich das Geschäft zum ersten Mal gehört habe, habe ich gedacht, Wahnsinn! Hier kommt alles zusammen, was ich in den ganzen Jahren davor gelesen und studiert hatte, auf den Seminaren gehört habe. Das Erste war, du kannst dir ein passives Einkommen aufbauen. Das passive Einkommen ist das einzige Einkommen, was sich zeitlich und finanziell freimachen kann. Und es geht nicht immer nur um finanzielle Freiheit. Vielleicht kennt der ein oder andere von euch jemanden, der sehr viel Geld hat, aber keine Zeit hat. Jürgen hat das eben toll beschrieben mit seiner Tochter. Darum geht es ja, um Lebensmomente mit den richtigen Menschen. Also brauchst du zeitliche und finanzielle Freiheit. Oder da ein bisschen freier zu werden in beidem. Das ist das, wonach man streben sollte, habe ich auf jeden Fall für mich festgestellt. Und das kannst du dir hier aufbauen. Und das Nächste, dass du hier erfolgreich wirst, wenn du anderen Menschen erfolgreich machst. Und das wusste ich auch aus den Büchern und von den Seminaren. Es gibt nichts, was glücklicher macht. Es gibt nichts, was erfüllender ist, als wenn du anderen Menschen hilfst, deren Leben zu verbessern. Anderen Menschen zu helfen, deren Leben auf ein nächstes Level zu heben. Das ist so geil. Ich war sechs Jahre Fußballtrainer und das war immer am allergeilsten, gemeinsam Spiele zu gewinnen. Kennt ihr das? Wenn du richtig gekämpft hast, gemeinsam als Team und dann feierst du. Das ist das Krasseste. Und das ist auch heute das, was mich am meisten begeistert. Jedes Mal wieder. Und das Dritte, es gibt kein Limit. Du bestimmst sehr viel Geld, du verdienst. Ja, ich bin dann gestartet. Wusste nicht genau, was da auf mich zukommt. Hab gedacht, cool, wenn ich zehn Menschen begeister, die begeistern auch zehn. Also zehn mal zehn, dann sind wir schon hundert im nächsten Monat. Die begeistern auch zehn, dann sind wir schon tausend. Wenn die auch zehn begeistern, zehntausend. Also in vier Monaten müsste ich ja dann Champions League sein. Das war der ganz klare Plan. Ich dachte, klar, glück kein Risiko. Produkte funktionieren, Geschäft ist super. Aber du hast kein Risiko, nichts zu verlieren und gesundheitlich und finanziell so viel zu gewinnen. Wie sollte sich der normal denkende Mensch entscheiden? Dafür oder dagegen? Eigentlich dafür. Wenn du kein Risiko hast, ist ja wie kostenlos Lottoscheine ausfüllen. Kein Risiko und nur zu gewinnen, müsste eigentlich jeder dabei sein. Ich hab das echt nicht verstanden. Ja, dann ging es nicht so schnell davon. Ich war nach drei Monaten im EMM. Das war cool. Ich hatte geile Erfahrungen mit den Produkten. Auch mit dem Geschäft. Im ersten Monat 140 Euro verdient. Im dritten Monat schon 700 Euro. Und dann war ich auf einem Event. Auf einer Veranstaltung. Waren so 100, 200 Leute in Bonn. Damals in der Telekom-Baskets-Arena. Und da stand ein Sprecher vorne. Und hat dann folgende Frage gestellt. Und die Frage jetzt auch an euch. Wer von euch will erfolgreich werden? Und ich denke, was ist das denn für eine dumme rhetorische Frage? Jeder will doch erfolgreich werden, erfolgreich sein. Sagt er, okay. Also er stellt die Frage und ich weiß noch, als ich da saß, soll ich aufzeigen oder nicht? Weil wenn ich aufzeige, nimmt er mich ja vielleicht dran. Ja, dann hat er mich auch noch drangenommen und ich dachte, super. Dann saß ich hier vorne und er sagt, okay, du willst erfolgreich werden. Dann erzähl mal, was machst du denn gerade? Ich sage, ich studiere BWL. Und er sagt, okay. Und was ist dein Ziel? Und ich sage, was ist mein Ziel? Was hättet ihr geantwortet? Was ist euer Ziel? Dann habe ich nichts gesagt, wollte nichts Falsches sagen. Nachher nagelte ich mich noch drauf fest. Sagt er, okay, was ist denn dein Ziel heute in vier Jahren? Was hättet ihr geantwortet? Und dann stellt er die Frage, was ist dein Ziel heute in vier Jahren, wenn du wüsstest, du könntest nicht scheitern? Und ich dachte, ah, okay, das war so ein Spiel, ne? Das war so dieses Gefühl von, alles wird leicht. Jetzt, das ist nur ein Spiel, Fantasie, stellt er die Frage. Was ist dein Ziel heute in vier Jahren, wenn du wüsstest, du könntest nicht scheitern? Das war April 2015, also wäre dann das Ziel im April 2019. Und schreibt euch jetzt mal bitte auch auf, Zettel und Stift, heute Datum und heute in vier Jahren. Was wäre euer Ziel heute in vier Jahren, wenn ihr wüsstet, ihr könntet nicht scheitern? Also einfach nur mal Fantasie, nur mal angenommen. Ja, ihr könntet nicht scheitern. Was wäre euer Ziel? Wofür würdet ihr alles geben? Und dann hat er das so ein bisschen erklärt. Wofür wärst du bereit, dein Leben zu geben? Das Spannende ist ja, die 24 Stunden, die letzten 24 Stunden sind zu 100% weg. Wir kriegen die nicht wieder. Dann hat keiner von uns die Möglichkeit, oh, die letzte Stunde war scheiße, ich gehe nochmal zurück. Also wir geben jeden Tag unser Leben. Es ist nicht die Frage, ob du bereit bist, dein Leben für etwas zu geben. Du gibst es jeden Tag, du bist dir vielleicht nicht erst bewusst, aber du gibst jeden Tag dein Leben. Also nicht ob, sondern wofür bist du bereit, dein Leben zu geben? Welches Leben wäre es wert, dass du dein Leben dafür gibst? Und dann ist das ja nochmal eine ganz andere Frage, weil sonst habe ich mir immer die Frage gestellt, könnte ich das schaffen, könnte ich das nicht schaffen? Aber welches Ziel, was ist dein Ziel heute in vier Jahren? Meine Rüstung, du könntest nicht scheitern. Dann habe ich gesagt, okay, dann wäre ich gerne Redner vor 1500 Leuten. Das war für mich das am weitesten entfernteste Ziel, was ich mir jemals hätte vorstellen können. Es war so weit weg, wie wir machen mal eine Mondlandung oder fliegen auf den Mars oder werden Milliardär. So weit weg. Ja, also wirklich Wahnsinn. Dann sagt er, okay, was machst du gerade? Ich sage, ich studiere BWL. Was ist dein Ziel heute in vier Jahren? Wenn du wüsstest, du könntest nicht scheitern. Ich sage, ja gerne, dann wäre ich gerne Redner vor 1500 Leuten. Dann sagt er, okay, was machst du gerade? Ich sage, ich studiere BWL. Ich sage, okay. Und was wäre dein Ziel heute in vier Jahren? Wenn du wüsstest, du könntest nicht scheitern. Ich habe mir das so vorgestellt, wo ich denke, so 1500 Leute, ich bin da, boah, krass. Da habe ich mir gedacht, ich habe die Leute so bewundert, die das können. Weißt du, die können Geschichten erzählen, die haben Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen. Ich kann das einfach nicht. Und das war so. Und dann sagt er, okay, was machst du gerade? Ich sage, ich studiere BWL. Sagt er, okay. Und was ist dein Ziel heute in vier Jahren, wenn du wüsstest, du könntest nicht scheitern? Ich habe mir das so vorgestellt, 1500 Leute, boah, ist ja richtig krass. Ich dachte, okay. Und was machst du gerade? Ich studiere BWL. Und die ersten Leute haben angefangen zu lachen. Ja, so wie wir jetzt auch. Aber wenn du da vorne sitzt und dir wird immer wieder die gleiche Frage gestellt, dann denkst du dir nur, du Wichser. Also ich hatte wirklich das Gefühl, der stellt mich jetzt richtig bloß. Ich dachte, ich zeige nie wieder auf. Das war einfach so ein dummer Fehler. Und dann stelle ich aber noch eine weitere Frage. Und die hat mein Leben seitdem für immer verändert. Das, was du gerade tust, bringt dich das dorthin, wo du in vier Jahren sein willst. Und ich dachte nur, ach du Scheiße, ich kriege jetzt noch Gänsehaut komplett. Weil das war das Gefühl, als würden alle Scheiben zerspringen im Raum. Und ich dachte so, scheiße, das, was ich gerade tue, gibt mir nicht mehr die Möglichkeit, dort hinzukommen, wo ich am allerliebsten heute in vier Jahren wäre. Seitdem war ich nie wieder in der Uni. Also das Studium hat sechs Wochen gedauert. Also ich bin auch ein erfolgreicher Studienabbrecher. Aber warum hat das... Viele haben gesagt, boah, Christian, bist du bescheuert, du bist doch schlau, warum studierst du nicht weiter? Und dann machst du dir irgend so einen Scheiß. Ihr kennt das ja, was da dann teilweise gesagt wird. Schneeballsystem, Pulverdosen, Zuckerhaltüten, Insekte, das ganze Ding. Also gab es richtig gegen den 95% meines alten Umfeldes richtig gegen dich gefeuert. Sogar unser Pastor aus dem Dorf, war 13 Jahre Messina, hat dann versucht, mich noch wieder zu bekehren. Das war echt witzig. Aber für mich war das ganz logisch. Das war nicht einfach nur eine emotionale Hau-Ruck-Entscheidung, sondern es gibt für mich vier Faktoren zum Erfolg. Das erste sind die Fitland-Produkte. Wer von euch würde sagen, diese Produkte funktionieren? So, ihr müsst sie nicht alle nehmen. Versteht ihr, was ich meine? Aber ich diskutiere nicht darüber, ob die Produkte funktionieren. 700 Millionen verkaufte Produkte, die ganzen Sportler, die Patente, die Produkte funktionieren. Ich diskutiere nicht darüber, ob die Produkte funktionieren. Das ist ein ganz anderer Ansatz. Wenn jemand nicht möchte, ist das in Ordnung. Aber ich diskutiere nicht darüber, ob die funktionieren. Der zweite Punkt. Der zweite Punkt für ein international deutsches Unternehmen. Ich bin jetzt seit siebeneinhalb Jahren dabei, also Februar 2015. In den letzten siebeneinhalb Jahren oder in den letzten sieben Jahren ist PM von 350 Millionen auf 2,35 Milliarden gewachsen. Wir waren jetzt zweimal hintereinander schnellstwachsendes Direktvertriebsunternehmen der Welt. Da brauchst du kein Visionär mehr sein, um zu glauben, dass das Unternehmen hier funktioniert. Also wer von euch würde sagen, PM funktioniert? Das scheint zu funktionieren. Also auch der zweite Punkt, ihr müsst es auch nicht toll finden, ihr müsst auch nicht mitmachen. Aber das scheint zu funktionieren. Der dritte Faktor, Network Marketing, das hat mich damals begeistert. Über 180, 190, fast 200 Milliarden Umsatz. Die meisten Einkommensmillionäre weltweit kommen aus dieser Branche, Network Marketing. Wenn ich zum Beispiel jetzt 10 Frauen hier vorne sitzen hätte aus Amerika, die finanziell frei sind, dann kommen 8 von 10 aus der Branche Network Marketing. Es geht jetzt nicht darum, dass jeder hier Millionär werden muss oder finanzielle Freiheit anstreben muss, aber wer von euch würde sagen, da kann man anscheinend Geld verdienen in dieser Branche? So, das funktioniert auch. Produkte funktionieren, PM funktioniert, Network funktioniert. An wem liegt es denn, ob das hier erfolgreich wird? Und das tut richtig weh, wenn es nicht läuft. Wer von euch hat das schon mal, dass das richtig weh tut, wenn du denkst, Alter, alle anderen schaffen es außer ich. Das kann doch nicht sein, ne? Und dann kommt da, und entschuldigt meine Ausdrucksweise, ich will einfach nur ehrlich sein, was ich da teilweise gedacht habe, ja, als ich im Publikum saß. Alter, wenn der das kann, kann ich das schon 10 Mal. Ja, und dann kommt noch einer, und du denkst, Junge, Junge, Junge. Und mit jeder Geschichte denkst du dir nur, so blöd kann ich noch gar nicht sein, um hier nicht erfolgreich zu werden. Ja, aber das waren wirklich meine Gedanken. Und deswegen gab es für mich ab dem Moment auch keinen Ausweg mehr, weil ich gesehen habe, dieses Geschäftsmodell, die Produkte, die Firma, du kannst über alles, hinter allem einen Haken machen. Es liegt nur an dir selber, ob du hier erfolgreich wirst oder nicht. Und im ersten Monat habe ich 20 Menschen begeistert. Wenn 20 Menschen auch 20 begeistert sind, sind wir 400 im nächsten meiner geilsten Rechnung gemacht. Und das mit der Duplikation ging dann nicht so schnell. Aber wisst ihr, wann ich Duplikation richtig verstanden habe? Steht mal bitte alle auf. Ersetzt euch wieder hin. Sorry, war eine andere Übung, die kommt nachher. Alles einmal an die Seite legen und Arme ausbreiten. Wenn ich drei sage, klatschen wir in die Hände. Okay? Eins. Alle wachen, ne? Ich wollte, dass es schnell geht. Wenn ich drei sage, klatschen wir in die Hände. Eins, zwei, drei. Wir machen das nochmal, weil es ist essentiell, dass ihr das versteht. Duplikation. Wenn ich drei sage, klatschen wir in die Hände. Arme ausbreiten. Eins, zwei, drei. Ja. Ihr habt gesehen, das haben immer noch nicht alle verstanden. Den könnt ihr das gleich erklären. Nein, ich will es euch einmal erklären. Das ist brutal. Als ich diese Übung gemacht habe, habe ich zum ersten Mal verstanden, was Duplikation ist. Die Menschen hören nicht das, was du sagst. Sie tun immer das, was du tust. Ihr habt sogar gemerkt, dass es extrem schwer ist, nicht das nachzumachen, was ich gemacht habe. Und so ist es aber auch irgendwie ganz einfach, weil Du musst in diesem Geschäft nur Dich selber führen. Sei Du selbst die Veränderungen, die Du in der Welt sehen willst, habt Ihr vielleicht schon mal gehört. In diesem Geschäft ist es super einfach. Sei Du selbst permanent der Teampartner, den Du gerne in Deinem Team hättest. Wenn es Dich nervt, dass Deine Leute nicht genug terminieren, was musst Du machen? Mehr terminieren. Wenn es Dich nervt, dass Dein Team nicht auf den Veranstaltungen ist, wo musst Du sein? Auf mehr Veranstaltungen. Wenn Deine Leute undankbar sind oder zu wenig begeistert, was musst Du selber machen? Dann sei Du der dankbarste Teampartner auf der Welt, der begeistertste Teampartner auf der Welt. Weil das publiziert sich die ganze Zeit immer wieder. Und nach zwei Jahren, ich wollte nach vier Monaten Champions League sein, 10.000 Abos. Nach zwei Jahren hatte ich 99 Abos. Mega. Also, total für den Arsch. Ich habe gedacht, was mache ich hier eigentlich? Und dann musste ich mich wieder daran erinnern, warum habe ich eigentlich angefangen? Warum habe ich angefangen? Was war mein Ziel? Für mich war das Ziel hier Champions League. Das hat mich begeistert. Ich weiß nicht, was dich begeistert, aber wofür gehst Du los? Frag nicht Deinen Sponsor, Deine Ableihen, Deinen Partner, sondern frag Dich mal, wofür gehst Du los? Ich hatte das vergessen. Und dann wusste ich wieder, warum. Habe wieder die Menschen gefragt, die da sind, wo ich hin will. Und hör auf Dein Herz. Also frag vielleicht mal mehrere Menschen, die da sind, wo Du hin willst. Guck, was zu Dir passt, was mit Dir in Harmonie ist. Und dann gehst Du den Weg mit denen. Ich habe mir damals Björn gepackt. Björn war da, wo ich hin wollte. War auch schon in der Top Ten. Sehr erfolgreich. Tolles Auto gefahren. Ich dachte, krass, ich rufe den einfach jeden Tag an. Jeden Tag. Jeden Tag. Und wenn es so zwei Minuten sind, die ich mit ihm spreche. Weil mein Glaube so schwach war, dass es mir so viel geholfen hat, dass ich Kontakt zu ihm hatte. Und ich dachte, alleine schon, wenn der dran geht, der geht ja nicht aus Langeweile ans Telefon, sondern weil er ja anscheinend glaubt, dass ich mal erfolgreich werden kann. Wisst ihr, was das mit mir gemacht hat? Einfach nur, weil ich zwei Minuten jeden Tag mit ihm gesprochen habe? Dann hatte ich einen stärkeren Glauben, habe mehr Potenzial in mir gesehen. Weil ich mehr Potenzial gesehen habe, bin ich mehr in Aktion gegangen. Was passiert, wenn ich mehr in Aktion gehe? Habe ich mehr Ergebnisse. Was machen geile Ergebnisse? Die haben wieder meinen Glauben gestärkt. Da habe ich wieder Björn angerufen, wieder mehr Potenzial gesehen, wieder mehr in Aktion gegangen, wieder stärkere Ergebnisse. Und das hat wieder den Glauben gestärkt. Und irgendwann kam ich in diese Aufwärtsspirale. Dann in anderthalb Jahren sind wir von 99 Abos auf 375 gewachsen. Dann ging es auch mal wieder runter und hoch und runter. So ging es damals los. Also links einfach nochmal zum Verdeutlichen, wie ich mich teilweise damals gefühlt habe. Ganz, ja, einfach nicht wohl. Oben in der Mitte hatte ich 20 Zusagen. Marilena, Simon, Jan Hendrik sind über vier Stunden hingefahren. Und wie viele waren dann da von den 20? Ich glaube, es waren zwei. Und wie viele von den zwei sind gestartet? Keiner. Das ist der Weg. Manchmal ist das so. Dann läuft das eben anders. Nach zweieinhalb Jahren unten rechts hat PM es mir ermöglicht, dass ich zum ersten Mal vor über 1200 Menschen sprechen durfte. Das war meine größte Angst. Dann auch mal Rolf Sorg kennenzulernen. Nach fünf Jahren dann das Präsidensteam erreicht. Und ihr erinnert euch, ich wollte nach vier Monaten Champions League sein. Nach fünf Jahren Präsidensteam. Und jetzt möchte ich euch genau zu der Sache eine ganz wichtige Botschaft mitgeben. Eine ganz, ganz wichtige Botschaft. Jetzt auf mich zum Klima und Charo. Wie gesagt, ich habe es komplett unterschätzt. Ich hätte niemals gedacht, dass es so anstrengend ist. Schon am zweiten Tag hatte der erste Kopfschmerzen. Der nächste konnte nichts mehr essen. Wir hatten Fittlernprodukte dabei. Das hat dann alle immer wieder aufgepäppelt. Das war wirklich krass. Dann am dritten Tag hatte wieder jemand Kopfschmerzen. Jemand anderes hat sich beim Essen übergeben. In die Schale vom anderen gebrochen. Also, dann am nächsten Tag war dann das Feuer. Dann haben wir da einen ganzen Tag festgesteckt. Also, so passieren dann manchmal die Dinge. Und dann waren wir am letzten Abend, hatte übrigens einer auf einer Skala von 1 bis 10, hatte er eine 7 von Kopfschmerzen. Dann darfst du eigentlich nicht hoch. Dann habe ich ihm was Gutes angerührt. Innerhalb von einer Viertelstunde, 20 Minuten, von 7 auf 3 runter, dass er überhaupt den Aufstieg machen konnte. Nur mit unseren Produkten. Keine Medikamente. 95% gehen mit Medikamenten da hoch. Diomex und Kopfschmerztabletten und so. Das war krass. Und dann sitzen wir da. Letztes Briefing wurden abends geweckt. 23 Uhr. Halb eins sind wir dann losgegangen. Morgens. Und dann gehst du 5 Stunden durch die Nacht bei minus 10 Grad. Um dann morgens um 6.20 Uhr oben zu sein. Am Gipfel. Und dann war alles klar. Dann kam nochmal Waterboy rein. In das Zelt. Das war im Essenszelt. Und hat nochmal gesagt, ja Leute, hier habt ihr genug Wasser. Denkt dann, das Wasser müsst ihr in die Jacken stecken, weil sonst gefrieren die im Rucksack. Du musst genug trinken, auch da. Dann sagt er, alles klar Jungs, viel Glück. Dann geht er weg. Kommt nach 5 Sekunden wieder. Zieht den Reißerschluss wieder hoch. Steckt seinen Kopf da durch. Und sagt, guys, one more thing. Don't give up. Und in dem Moment dachte ich nur so, wie? So schwer kann das doch nicht sein. Ich kriege gerade Gänsehaut am ganzen Körper. Aber das, was da vor uns lag, war richtig hart. Ich will jetzt niemanden demotivieren. Wenn ihr mal den Traum habt, das zu machen, solltet ihr das machen. Aber da wussten wir, scheiße. Der Weg wurde härter, als wir gedacht haben. Zehn Minuten vorm Gipfel hat noch jemand gesagt, nee, hör auf. Wir sind fünf Tage hoch. Zehn Minuten vorm Ziel sagt er, nee, hör auf. Und dann haben wir gelacht. Ich habe ihn einfach links liegen lassen. Ich bin weitergegangen. Der hat geheult. Und dann sagt einer, stell dir mal vor, der hat einen Sohn, der ist zwei Jahre alt. Und stellt ihm dann die Frage, hey, wie willst du denn später, dass dein Sohn über dich redet? Willst du später, dass dein Sohn zu dir sagt, du hast es geschafft, du hast es durchgezogen? Oder dass du zehn Minuten vorher abgebrochen hast? Das hat ihn ganz schön getroffen. Dann ist er wieder aufgestanden, weitergegangen und am Ende haben wir es geschafft. Aber genauso kommt man, was es manchmal vor in diesem Geschäft. Und ich weiß, dass es nicht immer leicht ist. Und das war sehr emotional. Am Ende haben wir alle geheult, als wir oben waren. Du siehst den Gipfel, weil das sind fünf Tage, sehr komprimiert. Aber das möchte ich euch heute mitgeben, weil das hat mich in Kilimandschau oder aus dem Kilimandschau extrem geprägt. Fragt euch selber, was ist euer Ziel? Was ist euer Traum? Wofür wollt ihr losgehen? Gebt es niemals auf und wirklich, ihr müsst euch selber versprechen, gebt niemals auf, bis ihr euer Ziel erreicht habt. Das Leben vergeht so oder so, aber gebt für das los, was ihr wollt. Ich weiß nicht, was ihr wollt. Vielleicht sind es 500 Euro nebenher, vielleicht 100 Euro. Vielleicht seid ihr einfach happy mit den Produkten. Fragt euch das selber, tut alles dafür und gebt niemals auf. Dankeschön. Applaus Vielen Dank.